Ja hallo, Sie haben früher mal mit Arnold trainiert. Können Sie uns mal noch kurz für die YouTube-Laser-Gucker Ihren Namen sein? Enrad Kahn. Ja Leute, das ist noch das alte Eisen, da weiß man noch was. Guckt mal wie fit der Mann ist. Wie alt sind Sie, wenn ich Fragen darf? Ja, man schätzt. Man schätzt. Also wenn ich jetzt so frage, ich würde anfangen mit 60 vielleicht, wenn Sie mich so fragen. Ja, 66. Respekt, Respekt. Die Mann ist wirklich in Top-Form, kann ich nur sagen. Hut-up und Respekt. Ja, ich freue mich. Wie immer im Training, ne? Achso, ich freue mich. Ich danke Ihnen. Möchten Sie noch einen schönen Gruß hier unten bestellen? Ja. Wir möchten Sie noch einen schönen Gruß bestellen. Herr Arnold. Ja, ja. Schöne Grüße, ja. Anni, schöne Grüße aus Graz. Tschüss.